Eigenlob stinkt und trotzdem muss ich mir heute mal so richtig auf die Schulter klopfen. Bleibt dran und erfahre mehr dazu. Der Eigenlob stinkt und wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich ein recht bescheidener Typ bin, der sich seltener auf die Schulter klopft, aber heute muss ich es trotzdem mal tun. Warum? Ich habe heute wieder von Kundendepots gesehen, die sie bei der Sparkasse bisher hatten oder auch bei anderen Banken und Vermögensverwaltern und durfte die vergleichen mit Portfolios, die ich einfach für unsere Kunden aufgelegt habe. Und das Ergebnis war wieder mal so, dass die Portfolios bei uns deutlich sicherer sind und eine deutlich höhere Rendite bzw. bei gleichem Risikoniveau eine deutlich höhere Rendite abwerfen. Warum ist das so? Das liegt ganz einfach daran, dass ich mich vor zehn Jahren, ungefähr elf Jahren entschlossen habe, dieses Unternehmen zu gründen. Ich habe dieses Unternehmen gegründet, Marktwert und Kollegen gegründet, weil ich gesehen habe, dass es massive Missstände in der Finanzberatung in Deutschland gibt. Die Finanzberatung in Deutschland ist darauf ausgerichtet, dass der Berater, die Bank, der das Finanzvertriebsunternehmen einen dicken Deckungsbeitrag bekommt und diese Deckungsbeiträge, die werden einfach generiert über Gebühren. Und diese Gebühren zahlst du als Kunde, als Kapitalanleger. Dadurch machst du die Banken, die Vermögensverwalter, die Finanzberater reich. Natürlich möchte ich auch mein Geld verdienen, aber ich möchte es fair und ehrlich verdienen. Deswegen habe ich vor zehn Jahren Marktwert und Kollegen gegründet und habe das provisionsbasierte Vergütungsmodell komplett über Bord geworfen und habe mich entschlossen, ein reines Honorarberatungssystem zu entwickeln. Also ich verdiene mein Geld ausschließlich über ein Honorar, das du als Kunde an mich bezahlst, wenn du meine Dienstleistung wahrnimmst. Und das hat mich in die Lage versetzt, dass ich sehr, sehr kostengünstige Fonds einsetzen kann, aus denen ich keinerlei Kickbacks verdiene. Das heißt, aus denen ich keine Gelder verdiene, keine Provisionen verdiene. Sodass wir also schon mal den ersten Renditetreiber haben, warum Portfolios in der Regel besser laufen, die ich aufgelegt habe, als Portfolios, die du bei der Bank bekommst. Weil einfach die Kosten in den Depots schon deutlich, deutlich günstiger sind und jeder Euro, den du dir an Kosten sparst, ist einfach ein Euro für dich. Natürlich kommt mein Honorar noch obendrauf, aber trotzdem, selbst nach Berücksichtigung meines Honorars, hast du immer noch eine Kosteneinsparung von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zu diesen üblichen Depots, wie ich sie eben sehe, wie sie üblicherweise von Banken, Sparkassen, Vermögensveräultern aufgelegt werden. Also der erste Punkt ist der Kostenpunkt, die Kosteneinsparung. Einer der Gründe, warum Depots einfach bei Banken nicht so gut laufen. Der zweite Grund ist, dass Banken oftmals versuchen, durch viel Hin und Her einfach Gebühren zu generieren, vielleicht auch so ein bisschen einen Status zu generieren, dass ein Hochstaat, dass sie als Berater hier wirklich aktiv sind, ganz viel kaufen und verkaufen. Und dieses Verkaufen und Verkaufen führt dazu, dass einfach in den Depots Gebühren generiert werden, Gebühren, die wiederum deine Performance beeinträchtigen. Wissenschaftlich ist schon längst x-fach nachgewiesen, absolut unumstritten nachgewiesen, dass Market Timing ins Leere führt und das Stockpicking ins Leere führt. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, die Zukunft der Märkte vorherzusehen. Wir haben keine Glaskugel auf dem Tisch. Es macht keinen Sinn, die Zukunft der Märkte vorherzusehen. Es macht keinen Sinn, den richtigen Kaufzeitpunkt, den richtigen Verkaufszeitpunkt einer Aktie, eines Fonds zu bestimmen. Und das ist genau einer der größten Fehler, die immer wieder gemacht werden, innerhalb der Fonds, innerhalb der aktiv gemanagten Fonds, die du bei der Bank bekommst. Und auch von den Beratern selber, die dann wiederum versuchen, zum richtigen Zeitpunkt einen bestimmten Fonds oder Aktienwertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Das heißt, es gibt zwei Ebenen, auf denen diese Fehler passieren. Einmal innerhalb des Fonds, auf Ebene des Fondsmanagements und dann nochmal auf deiner Portfolio-Ebene, wenn einfach ein bestimmter Fonds einfach gehandelt wird und am falschen Zeitpunkt gehe oder verkauft wird. So, ich persönlich halte mich komplett raus aus diesen Market-Timing-Entscheidungen. Warum? Weil ich einfach aus der Finanzwissenschaft weiß, mit der ich mich sehr, sehr intensiv beschäftige, dass diese Market-Timing-Versuche nicht funktionieren. Das heißt, da haben wir schon wieder einen weiteren Faktor für Rendite, für höhere Rendite. Wir verzichten auf Market-Timing. Und dann ist einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren, wir berufen uns komplett, 100% konsequent auf wissenschaftlich nachgewiesene Renditefaktoren. Wissenschaftlich nachgewiesene Renditefaktoren ist einfach die Profitabilität. Das heißt, hochprofitable Unternehmen haben eine höhere Renditeerwartung als weniger profitable Unternehmen. Dann gibt es sogenannte Size-Faktoren, also Größenfaktoren, die würde sagen, dass also kleine Unternehmen haben eine höhere Renditeerwartung als die ganz, ganz großen Unternehmen. Und üblicherweise, wenn ich in die Depots so reinschaue von Banken, sind einfach vor allen Dingen die ganz, ganz großen Unternehmen vertreten. Das heißt also, wir berücksichtigen hier auch Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, die einfach eine höhere Renditeerwartung haben. Dann gibt es die sogenannten Value-Faktor. Das heißt also, dass niedrig bewertete Unternehmen grundsätzlich eine höhere Renditeerwartung haben als sehr hoch bewertete Unternehmen, was auch irgendwo logisch ist, weil einfach dann niedrig bewertete Unternehmen kommen von einem anderen Niveau und haben ein ganz anderes Wachstumspotenzial, als wenn ein Unternehmen schon sehr, sehr hoch bewertet ist. Die Bewertung eines Unternehmens ist sozusagen das Preisschild, was da dran klebt. Je günstiger du einkaufst, desto besser ist die Renditeerwartung. Und das sind Renditefaktoren, die wissenschaftlich nachgewiesen sind. Auf der Anleihenseite gibt es davon auch zwei Stück. Das Bonitätsrisiko bzw. die Bonitätsprämie und die Laufzeitprämie auch nachgewiesen. Vollkommen logisch, wenn man es sich genauer anguckt. Eigentlich auch sehr, sehr einfach. Aber vielleicht ist es gerade diese Einfachheit, diese Simplizität, warum es von Banken vermieden wird. Weil sie vielleicht denken, wenn es so einfach ist, dann kann man damit kein Geld verdienen. Und das ist falsch. Du als Anleger sollst das Geld verdienen und nicht ich als Berater. Natürlich möchte ich auch mein Geld verdienen. Aber für mich ist es wichtig, dass es losgelöst ist von irgendwelchen Kosten in den Produkten. Das heißt, du zahlst mir ein Honorar, das unabhängig ist von den Fonds, die ich dir hier vermittle. Auch wieder ein Faktor, bei der Bank ist es eben nicht unabhängig. Das heißt, die Bank hat ein Interesse, relativ kostenintensive Fonds zu vermitteln, weil sie darüber ihr Geld verdient. Bei mir hast du ein ganz transparentes Honorar, was du mir bezahlst. Und dafür kaufst du dir mein Know-how ein. So, also genug der Lobhudelei. Die große Frage ist natürlich, kannst du jetzt beurteilen, ist dein Depot gut oder ist es schlecht? Ich behaupte, das kannst du nicht beurteilen, weil du einfach keinen Vergleich hast. Das heißt, du siehst, zwar hast du eine positive Rendite in den letzten Jahren erwirtschaftet oder nicht. Dadurch, dass die letzten zehn Jahre die Renditen nur noch oben gingen, hast du mit Sicherheit, mit hoher Wahrscheinlichkeit, eine positive Rendite in deinem Portfolio. Aber du kannst nicht vergleichen, hast du eventuell sogenannte Opportunitätskosten, weil es ein anderes Depot gegeben hätte, was besser gelaufen wäre. Das heißt, das kannst du nicht beurteilen, weil du eben dein Depot nicht mit dem deiner Freunde oder deiner Kollegen vergleichst, sondern du hast nur dein Depot und kannst es vielleicht mit einem Index vergleichen. So, und deswegen habe ich hier einen großen Vorteil. Ich habe das transparent. Ich bekomme viele, viele, viele Depots von Kunden, die sie bei der Bank haben, kann die vergleichen mit den eigenen Depots, die wir für die Kunden auflegen und sehe hier ganz transparent die Unterschiede. Und so komme ich dazu, dass ich heute auch diese Folge aufnehme, mir hier dicke auf die Schulter klopfe, weil ich einfach sehe, dass wir hier deutlich höhere Renditen bei gleicher Sicherheit haben. Und ich möchte dir heute anbieten, dass ich dir mal eine zweite Meinung gebe, dass ich dir helfe, diesen Faktor für dich transparent zu machen, ob dein Depot gut ist oder nicht. Deswegen biete ich dir eine kostenlose zweite Meinung ein. Hier rund um die Folge findest du die Möglichkeit, dich für einen Termin einzutragen. Buch dir einfach mal ein Erstgespräch. Nimm mir 20, 30 Minuten Zeit. Kostet dich nichts. Und wir können uns mal deine Situation, wir können uns dein Depot angucken. Und wenn es dann Sinn macht, kannst du mir einfach mal deinen Depot-Auszug reinschicken. Ich schaue mir das an und kann dir ganz genau schon mal ein Feedback geben. Ist dieses Depot gut? Wie ist die Kostenquote? Wie ist die Rendite? Passt dieses Risiko in dem Depot zu deiner Risikotoleranz? Und dann hast du auf jeden Fall für dich schon mal ganz andere Transparenz, wie dein Depot qualitativ ausgerichtet ist. Deswegen hier mein Appell an dich. Nutze diese Möglichkeit einer kostenlosen zweiten Meinung. Komm mal durch und hol dir diese Möglichkeit. Du kannst nur gewinnen. Deswegen verpasse es nicht. Alles Gute. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020